Wanderung in Strausberg durchs Annavlies. Start ist am S-Bahnhof Strausberg statt. Wanderung in Strausberg durchs Annavlies. Wanderung in Strausberg. Das Annavlies. Ein Lost Place. Das immer wurde. Die Strecke und Glätschfer 1 Zeitung in Strausberg. Das war's. Die Strecke und die Regime aufbauen wurde. Das ist ein Ausbringes. Sollte. Mittagspause, weiter geht's, frisch gestärkt. Der Herrensee. Der Herrensee. Hierbei handelt es sich um einen Waldfriedhof. Wo man sich einfach an einem Baum begraben lassen kann. Dann hängen die Schilder mit den Namen und Daten hier am Baum. Ja, er streckt sich über ein ganz schönes Stück Strecke hier im Wald. Ja, und hier gibt es dennoch meine Informationen dazu. Ja, eine schöne Art und Weise seine letzte Ruhe zu finden. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Und zurück in der Zivilisation. Am Ziel angekommen. Bahnhof Strausberg. Dformationen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020